Erst mal die ganze Lava wegmachen. Dann muss ich mir mal einen sicheren Ort finden, wo wir hier Lava anbringen können. Machen wir einfach mal... ...ich geht hinter dem Haus, aber nur wenn Tag ist. Hast du Angst, dass sich wieder ein Creeper wegsprengt? Ja. Na, passiert nicht so schnell. Vielleicht machen wir es auch so. So, ich baue hier gerade alles ab, natürlich nur keine Kohle, weil ich hier das Eis natürlich nicht verrecken lassen will. Und das Uran erst recht nicht. Das muss natürlich mit, das... So, da kommt jetzt Lava hin und dann kommt oben drauf der... Oh, das kann ich mal gern haben. Und ich brauche noch eine unendliche Wasserquelle, das wäre noch schön. Hm, wie machen wir die? Eine unendliche Wasserquelle kann man immer gut gebrauchen, wa? Ja, irgendwie schon, ja. Habe ich Eisenbein? Nein, habe ich nicht. Schau mal, das geht. So, wenn da jetzt... Der Kessel ist... Den habe ich gar nicht dabei. Der Kessel ist... Ähm... Da. Da kommt das Wasser hin und da unten kann ja die Lava hin. Die tut dir das Wasser nicht berühren, also... Sollte das gehen. So. Also neben deinem Bett ist mal Wasser, ne? Also neben deinem Bett ist mal Wasser, ne? Also neben deinem Bett, ey. Ja, auf der anderen Seite steht halt... Immer auf meine Sachen. Ja, immer auf deine. Ja. Das nächste Mal gehe ich auf deine. Kannst du ja machen. Mal gucken, wie du dein Bett schön nass, feucht findest. Ja gut, da ist noch eine Kiste dazwischen. So, soll ich zu dir kommen, oder? Ja. Ja, das kannst du machen. Bring einen Eimer mit, dann hast du den Lava. Oh ne, da ist ein Enderman. Ist nicht ein Enderman. Bei mir hier oben. Ich komme gerade runter. Ich habe nur ein Brot dabei. Ja, wo ist denn das scheiß Skelett? Ach, da oben. Ah, du bist gerade auf da... Okay. Du bist anscheinend hier runter. Ich glaube, ich weiß, wo du... Ja, ich glaube, da... Ja, ich weiß, wo du Lava bist. Ja. Ja, ich weiß, wo du Lava bist. Ja. Ja, du bist jetzt. Ja. 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 Ja, ja. Die Kies ist verarscht, au, au, au. Hä? Au, au, au. Wie hast du bitte den Kies verarscht? Ja, ich hoffe. Ich habe den Eisenblock dargelassen, habe den unteren Eisenblock abgebaut und dann den letzten. So konnte ich ganz schnell den letzten Eisenblock einsammeln und der Kies ist untergefallen, ohne mir irgendwie Schaden zu machen. So, ich habe den Kies verarscht. Ich habe den Kies verarscht und dann den Kies verarscht und dann den Kies verarscht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ich noch diese kleine Bastelei im Kopf habe... Tinohr? Sollte ich das nicht brennen? Ich habe noch sieben. Oh. Ach, das ist ein bisschen wenig. Ich lasse es erstmal da. Das muss ja erstmal nicht brennen, ne? Eisen habe ich aber noch. So, jetzt muss ich hier nochmal was gucken. Ich will das jetzt einfach mal herstellen. Dieses hier Nitor. Ich brauche Feuer. Licht und... Irgendwas mit Fisch. Keine Ahnung. Gräten oder sowas. Also, das war... Wo habe ich es denn? Wo sind jetzt Diamanten? Ich gucke hier da. Zwei. Vier. Also. Ey. Zwei von denen. Weil da seht ihr ja da unten die zwei. Da muss man dann zwei von denen reinschmeißen. Äh. Ich brauche Fackeln. Genau. Wir brauchen einen Kompressor. Baut man den Kompressor. Hier sechs Fackeln und irgendwas mit Feuer. Also Kohle. Wie geht es da drauf? Zwei also. Wir brauchen einen elektrischen Schaltkreis, Stein und Maschinenblock. Das ist ja kein Problem. Das haben wir ja gleich zusammen gebastelt. Und fünf Vis. Also fünf Zauberenergie. Also haben wir noch genug. So, also dann schmeiße ich mal hier. Wann genau basteln wir die Noob, Marcel? Gar nicht. Ich bin sicher, dass das viele Zuschauer hier interessieren wird. Sechs von denen. Was? Sechs von denen interessiert das nicht? Was? Nein. Ich meine hier, was ich hier... Juhu. Nitor. Du hast Wasser gemacht. Ich weiß nicht, da ist noch hier sowas. Das heißt Alumentum. Aber ich weiß nicht, ob da hier steht irgendwas mit... It is probably not a good idea to draw this against a solid surface unless you enjoy Explosions. Also explodiert das Ding. Das wollen wir ja nicht, ne? Eigentlich schon. Ich meine es kann schon machen, oder? Jetzt. Ich weiß nicht, wenn ich ihn... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mach mal die Tür zu mir, zieht's hier zu euch. Ja, was machst denn du? Ein Kompressor. Achso, ja. Eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine. Hä, warum eine Waschmaschine? Weiß ich nicht. Können wir auch mal unsere Kleider waschen wollen? Ja. Ich mein, mein Winteroutfit hab ich jetzt das ganze Winter getragen. Musst du's auch mal weglegen, ne? Ach, Feuer ist drin, das ist ja schön. So, 16 Kohle, Staub haben wir schon gemacht. Was hast du? 16 Kohle, Staub haben wir schon gemacht. Gunpowder, hm. Kann ich das jetzt herstellen? Ach, ich kann Gunpowder herstellen. Sag mal was. Brauchen wir nur nicht, außer wir wollen den Nook bauen. Wo ich immer noch voll dafür bin. Das da. Okay, was man jetzt alles für einen Nook baut. Das da. Wir brauchen für einen Nook... Uranblock, Uranblock. Ey, wir brauchen für einen Nook, braucht man... Ähm, Re-Enchanted-Uran-Enriched-Uran-Zellen, vier Stück. Verbesserte Schaltkreise, verbesserte Maschine und Uranblöcke. Da kann man dann wieder Uranzelle draus machen. Aus so einer Re-En-Energed-Uran-Kell. Ja, wieder angereichert oder so. Machen wir nochmal was? Komm, wir machen nochmal was. Super, Feuer drin. Magitello, weißt du auch immer, was das jetzt ist? Kohle-Klum. Oh, wir brauchen noch Obsidian. Obsidian? Okay, wir haben jetzt Kohlestaub. Aus dem Kohlestaub können wir jetzt... Oh doch, so. Bestimmt irgendwas herstellen. Äh, wie viele Obsidian brauchst denn du? Keine Ahnung, ich glaube so 16. 16. Wollen wir dafür Holz verschwenden oder wollen wir es abbauen? Ja, abbauen. Also kein Holz verschwenden. Aber dafür brauchen wir erstmal Diamanten. Nein, nein, ich meine, dass wir... Weil wir brauchen einfach nur Holz, dann können wir auch Obsidian herstellen. Hast zwei Holz, ein... Ein... Naja, jetzt muss ich erstmal einen Kohleball herstellen. Okay, von den Kohlebällen... Der will wirklich jetzt die am Eis nennen. Gepresster Kohleball, davon brauchen wir acht Stück. Wir bekommen ein... Also acht Stück, aktuell ist es 64. Also wir brauchen erst ein Stack Sachen. Ein Stack Sachen? Ja, und Flint brauchen wir noch, haben wir ja zum Glück hier. Naja dann. Das heißt, der Kohlestaub wird jetzt hier platziert. So, und hier kommt der Flint, dann haben wir jetzt hier den Kohleball, den hauen wir gleich mal in den Kompressor rein. Dann haben wir schon mal zwei. Dann schmeiße ich das einfach mal rein, so. Okay, Magik brauchen wir doch nicht. Was ist denn das? Ich brauche die Steine. Also, Koppel, ist da unten. Koppel, 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 Koppel. Hast du den? Geh mal her. Dann geh. Oh, nee, warte mal. Wir brauchen noch einen Diamanten für eine Diamantspitze, okay. Ah, da, ab Sand war das auch, okay. Okay, ist nicht... Was machst du, einen Diamanten? Ja, damit wir auch Sittien abbauen können. Da sind noch zwei. Achso, nee, du brauchst noch einen. Ja. Ja, dann machen wir einfach aus Gold einen, oder? Ja, können wir machen. Dann... Ich weiß bloß nicht, wo dieses komische Minium-Ohr ist. Minium-Ohr? Oder wie das heißt, wo man einen Diamanten herstellen kann. Ich hab den. Minimum-Stein, oder so. Ja, hier, ich hab... Ja, hier, ich hab... Ja, hier, ich hab... Vor einfach... Ja, hier, ich hab...